Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Die Tanki Nummer 97 ist fertig. Wieder eine Mondtanki mit Vollmond und den Mondphasen. Und wieder ein kleines Klangbeispiel. Diese Seite ist Major Pentatonic, stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Und die andere Seite in Natural Minor. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie immer, wer Interesse hat an einer Tanki, meldet euch bei mir. www.stephanstankis.de Da findet ihr immer die neuesten und ich baue euch auch gerne einen nach euren Vorstellern. Alles Gute, Bye!